Das Voltz 276 ist ein brandneues Audiointerface von Universal Audio und hat im letzten Video bewiesen, dass es einen klasses Sound hat. Aber wie schlägt es sich denn eigentlich bei einer kompletten Bandaufnahme und vor allem, wie viele Plugins benötigt man eigentlich damit im Mix, wenn man schon mit Kompressor und Preamp-Simulation aufnehmen kann? Ich habe in den letzten Tagen für dich tüchtig aufgenommen, um dir genau diese Fragen zu beantworten und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und falls du hier neu sein solltest, ich bin Jonas vom Recording-Blog und ich verrate dir hier in über 400 Videos, wie du deine Musik einfach und schnell besser klingen lassen kannst, damit sie aus deinem Tonstudio zu Hause bald genauso gut klingt wie die Profimucke vom Studio um die Ecke. Und wenn du in Zukunft kein Video mehr wie dieses verpassen möchtest, dann klick doch am besten jetzt direkt auf den Abo-Knopf und am besten auch direkt noch auf die Benachrichtigungs-Locke daneben, dann kriegst du nämlich immer ganz garantiert einen Hinweis, wann das nächste Video rauskommt. Danke auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle für deine Unterstützung, denn das bedeutet mir wirklich viel, das darf ich dir mal verraten. Im letzten Video habe ich dir ja das Volt 276 von Universal Audio vorgestellt und falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir gerne mal hier oben einen Link einblenden. Aber in dem Video habe ich dir angedroht, dass ich diese Woche damit eine ganze Band aufnehmen werde und auch wenn es nur zu einer One-Man-Band gereicht hat, also um genau zu sein zu mir, ist dabei doch was ziemlich Cooles rausgekommen, wie ich finde. Okay, ich hatte E-Gitarre versprochen, ich hatte MIDI-Keyboard versprochen, die haben es jetzt leider nicht mehr in den Song reingeschafft, das müssen wir einfach mal verschieben auf ein anderes Video, aber das hat der Song einfach nicht hergegeben. Es handelt sich nämlich um einen Song von Kiss, den die wiederum bei den Rolling Stones abgekupfert haben und wenn jetzt sowohl Kiss als auch die Rolling Stones nicht direkt auf deinem Wunschprogramm stehen sollten, dann bleib trotzdem kurz dran und lass dich einfach mal überraschen, denn es ist zumindest ein Unplugged Song, das darf ich schon mal verraten und außerdem bleibt es sehr spannend, denn am Ende verrate ich dir ja in der Session, wie viele Plugins ich tatsächlich genutzt habe, um den Song zu mischen. Aber erstmal zeige ich dir jetzt, wie ich die Aufnahme gemacht habe. Als Pilot habe ich erstmal Gesang und Gitarre zusammen aufgenommen, Singer-Songwriter-mäßig, dazu habe ich meine treue Martin D16H genommen und habe sie am Interface dann mit dem AT4050 von Audio Technica aufgenommen, zusätzlich dazu noch das SM7 für meine Stimme oben drüber, damit ich beides gleichzeitig machen konnte und bei der Einstellung vom Volt 276 war dabei dann für das SM7 das VOC-Preset hier oben am Kompressor eingestellt und der Vintage-Sound vom 610er Preamp war auch aktiviert. Der war dann auch für die Akustik-Gitarre aktiviert und da habe ich dann beim Kompressor aber das passendere Gitarren-Preset gewählt, weil das heißt ja nun mal Gitarre, dann kann man es ja auch einstellen. Als nächstes ging es dann ans Schlagzeug. Dazu habe ich das Volt 276 dann einfach mal mit einer USB-Verlängerung an mein Schlagzeug da drüben rübergekarrt und habe dann da die Mikrofone dann wieder angeschlossen und zwar die gleichen Mikrofone wie gerade auch. Das SM7 stand aber dieses Mal dann direkt mitten im Schlagzeug fast schon direkt an der Snare und dann hat er so gleichzeitig auch die Becken mit aufgenommen. Leider Mono, ist ja klar, ist ja nur ein Mikrofon, aber immerhin war das Wichtigste drauf. Und das AT4050 stand dann in der Bassdrum. Die ist bei mir offen, wie du sehen kannst und nur ein ganz kleines bisschen mit Decken gedämpft. Aber ich fand das ganz cool. Kommen wir als nächstes zum Bass, weil wir hier einen Unplugged-Song haben. Sollte mein alter Höfner-Violin-Bass mal wieder zum Einsatz kommen und der Einfachheit halber habe ich den dann einfach mit einem Kabel direkt ins Interface reingesteckt und der Kompressor stand auf dem Fast-Setting. Bei Bass fand ich das ganz passend und den Vintage-Sound habe ich dabei ausgelassen, weil es nämlich schön mumpfig klingen sollte und dann einfach Bass um und ab dafür. Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass ich die Pilotspuren vom Anfang dann auch im finalen Song nutzen kann, aber irgendwie fand ich dann, dass die Performance an der Gitarre und auch beim Gesang nicht so gelungen war. Die Gitarre war nicht so gut, wie ich es spielen kann, also ich kann eigentlich besser spielen und der Gesang war eigentlich auch nicht so gut, wie ich es eigentlich kann. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man, wenn man beides gleichzeitig macht, dass man sich einfach nicht zweiteilen kann. Man muss sich auf eins von beiden konzentrieren. Es gibt Leute, die das können, ich kann das leider nicht. Also musste ich Gesang und Gitarre nochmal einzeln aufnehmen, aber hat ja auch Spaß gemacht. Als erstes kamen dann die Gitarren dran, von denen ich dann insgesamt sogar vier Varianten aufgenommen habe. Zwei für die Mitte, die ich mit den gleichen Akkorden aufgenommen habe wie im Pilot und zwei für die Links- und Rechtsaußen, also zwei für Links- und Rechtsaußen für die Außen, so nennt man das, glaube ich. Wobei ich dann bei den beiden Aufnahmen dann nochmal unterschiedlich gespielt habe, nämlich einmal mit einem Barré-Griff und auf der anderen Seite dann einmal mit einem Capodaster, was dann nochmal so leicht unterschiedlich klingt und dann so ein bisschen nochmal für ein bisschen mehr Breite sorgen kann, wenn ich die dann nach Links- und Rechtsaußen panne. Aber das gleiche in der Session. Dann ging es noch an den Gesang, den ich jetzt nochmal ohne Gitarrenstress deutlich besser hinbekommen habe, weil das SM7 allerdings zu Plosivlauten neigt. Also wenn man da ein bisschen Abstand hält, nicht direkt am Schaumstoff dran ist, wenn man den also nicht nuckeln möchte, den Schaumstoff, dann kommen so P-Laute durch und die waren in dem Song häufig vertreten. Dementsprechend habe ich dann mich entschieden, noch einen Popfilter davor aufzustellen und damit ging es dann einigermaßen. Einziger Knackpunkt hier, die hohen Chorstimmen, die lagen nämlich ziemlich genau an meiner Grenze, also meiner oberen Grenze für die Bruststimme und gingen dann aber, wie man hier so sehen kann, so gerade noch raus. Man sieht die Kabel, die bei mir so am Hals rauskommen. Die tiefen Spinnen stimmen, die tiefen Spinnen, die tiefen Stimmen waren dann doch deutlich entspannter. Im Prinzip war ich dann fertig, allerdings habe ich dann beim ersten Faderschubsen in der Session festgestellt, dass der Basssound, den ich mir vom Violinbass versprochen habe, dann doch nicht so reinpassen wollte. Also habe ich dann getreu dem Motto, nimm es ordentlich auf, dann musst du es später nicht reparieren, einfach den Fender Precision von der Wand geangelt. Und damit den Bass dann auch einfach nochmal neu eingespielt. Und was soll ich sagen? Jetzt passt es. Ah, jetzt haben wir es hingekriegt. Was dabei rausgekommen ist, das hören wir uns am besten jetzt mal kurz an. Den ganzen Song kannst du dir dann bei Soundcloud in meinem Soundcloud-Account anhören. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und wenn du der Meinung bist, dass ich den ganzen Song auch mal als Musikvideo hier hochladen sollte, dann schreib doch einfach mal Musikvideowolt unten in die Kommentare. Bin mal gespannt, wie viel da zusammenkommt. Achso, und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, dann zeig es mir am besten über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Dann passt das nämlich auch da. Wir gehen jetzt mal rein und hören uns jetzt mal an, wie der Song spielt. Und anschließend verrate ich dir dann in der Session, wie viele Plugins ich tatsächlich dabei benutzt habe beim Abmischen des Songs. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Don't you know I'm a 2000 man And my kids, they just don't understand me at all You know my wife still respects me Even though I really misuse her I am having an affair with a random computer I am having an affair with a random computer I am having an affair with a random computer Don't you know I'm a 2000 man And my kids, they just don't understand me at all Oh Daddy, proud of your planet Oh Mommy, proud of your son Oh Daddy, proud of your planet So, da sind wir schon in der Session. Und bevor ich dir jetzt verrate, wie viele Plugins ich tatsächlich für meinen Mix benutzt habe, schauen wir doch erstmal, welche Plugins eigentlich beim Volt 276 dabei sind. Denn du bekommst natürlich nicht nur dieses Interface, mit dem du arbeiten kannst, sondern du bekommst auch eine Grundausstattung an Software dabei geliefert. Und da schauen wir mal kurz, die habe ich hier vorbereitet. Du kriegst hier eine DAW zum Beispiel mitgeliefert, Ableton Lite Live. Live Lite, so ist es richtig, Ableton 11 Lite. Auf jeden Fall eine DAW, mit der du direkt loslegen kannst. Und egal, ob du schon selber aufnehmen kannst oder mit Samples und Beats arbeiten möchtest, wunderbar, damit kann man sofort loslegen. Dann bekommst du, wenn du Gitarre aufnehmen möchtest, bekommst du den Marshall Plexi Classic mitgeliefert. Kannst du die Gitarre direkt ins Interface reinstecken und mit einem Marshall Sound aufnehmen. Großartig. Dann Melodyne Essential, eine Tonhöhenkorrektur, mit der man aber eben nicht nur verunglückte, gesungene Noten richtig schubsen kann, sondern mit der man auch viele andere Dinge machen kann. Wenn du dich interessierst, was man noch außer Tonhöhenkorrekturen mit Melodyne machen kann, dann gib doch mal Melodyne bei mir im Kanal bei der Lupe ein und such mal danach. Also ich wollte es dir gerade hier oben einblenden, aber die Suche musst du selber finden. Und da findest du dann weitere Anwendungsbeispiele, wie du mit Melodyne auch deine Produktion aufpeppen kannst, ohne dass du deinen Gesang gerade ziehst. Also ein schönes Ding auf jeden Fall. Dann das LX480 Essentials von Relab, eine Nachbildung eines Lexikon-Halls. Also allein dafür lohnt es sich schon fast, denn so ein Lexikon-Hall ist ja nicht nur weltberühmt, weil die teure Geräte herstellen, sondern weil es einfach einen super Klang hat. Dieses Hallgerät, das LX480 von, oder das L480 heißt es glaube ich richtig, von Lexikon. Und hier in der Essentials-Version kriegst du auf jeden Fall vier verschiedene Hallräume dabei, mit denen man auf jeden Fall auf Oberklasseniveau schon mal arbeiten kann. Dann noch eine Amp-Simulation für einen Bassverstärker. Auch großartig, wenn du den Ampag-Sound liebst, aber keinen eigenen Ampag-Verstärker hast. Einfach Bass ins Interface reinstecken, dann das Ampag-SVTV Air-Klassik-Bass-Bundle, jetzt habe ich es aber auch wirklich, reinladen und ab dafür. Dann gibt es noch zwei Geräte, die selber spielen. Und zwar einmal der Virtual Drummer und einmal der Virtual Bassist. Solltest du also nicht in der Lage sein, selber Bass zu spielen oder Schlagzeug zu spielen, kein Problem. Diese beiden Plugins helfen dir dabei, auf jeden Fall auch da einen coolen Sound hinzukriegen, ohne dass du jetzt direkt den Drummer von nebenan anrufen musst. Mit anderen Worten, eine Grundausstattung, mit der man direkt loslegen kann. Das Labs von Spitfire Audio möchte ich nicht unterschlagen. Da gibt es noch eine Auswahl von verschiedensten Instrumenten mitgeliefert. Also auf jeden Fall Unmengen an Materialien, mit denen du rumspielen kannst und mit denen du auch rumtüfteln kannst und deine eigenen Ideen von Musik umsetzen kannst. Aber jetzt wird es spannend. Wir erzählen jetzt mal, wie viele Plugins ich tatsächlich hier in der Session genutzt habe. Und dazu mache ich mal den Mixer auf und mache dir auch extra einen Zoom, damit du auch sehen kannst, wie viel es tatsächlich ist. Schauen wir mal im Zoom, wie viel es tatsächlich ist. Also hier im Zoom siehst du hier oben, wäre jetzt ein Plugin, wenn ich es benutzen würde. Und ich gehe mal durch. Du kannst ja mal mitzählen. Hier ist nirgendwo eins, nur Panorama und Lautstärke bisher. Okay, wir gehen weiter. Wir sind schon bei den Akustik-Gitarren. Nicht ein einziges Plugin. Ich freue mich, es macht nämlich richtig Spaß. Auch beim Bass nix. Schlagzeug. Hier bei der Snare ist jetzt ein Equalizer. Bei der Snare ist ein Equalizer, mit dem ich zum einen hier, kann ich mal kurz aufmachen, mit dem ich zum einen hier die Bassdrum unten ein bisschen rausgefiltert habe, die das Mikrofon aufgefangen hat und mit der ich ein bisschen hier bei zwei, drei Kilohertz angehoben, bei drei Kilohertz angehoben habe, damit die Snare noch ein bisschen präsenter ist und ein bisschen besser rauskommt. Also ein Plugin. Gucken wir mal weiter, wie es weitergeht. Oh, warte mal. Schlagzeug. Da sind noch zwei. Hier, die LX480. Zwei Hallgeräte habe ich noch reingeladen. Und hier auf den Hauptbussen nix drauf. Und dann haben wir noch hier den Limiter zum Lautmachen. Das war's. Also ich habe noch zwei Hallgeräte eingesetzt, wie du hier im Zoom auch sehen kannst. Hier unten im Zoom kannst du es sehen. Einmal eine Raumhalle, also eine kürzere Raumabbildung. Und einmal eine etwas längere Halle, damit der ganze Song nicht so trocken klingt. Irgendwann ist ja alles trocken aufgenommen. Und damit das ein bisschen Räumlichkeit kriegt, habe ich die beiden dazugeladen. Und das war's. Vier Plugins. Den Rest habe ich genau so aufgenommen. Das kannst du natürlich auch bei dir zu Hause genauso aufnehmen. Also einfach Instrument reinstecken, dann die Vintage-Wahl treffen, ob du den Preamp drin haben willst oder die Preamp-Simulation haben willst oder nicht. Und den Kompressor auswählen, ob du mit oder ohne Kompressor aufnimmst. Bleibt dir auch selbst überlassen. Aber wir schauen jetzt nochmal, und ich spiele dir mal einzelne Signale nochmal eben vor und blende dir auch mal ein, in welcher Einstellung ich dann beim 276 gewählt habe. Also welchen Kompressor und ob der Vintage-Amp an war. Wir hören einfach mal eine Stimme. Wir hören eine Gitarre repräsentativ, einen Bass und die Schlagzeugspuren. Und gucken mal kurz. Währenddessen schalte ich auf Solo. Wir hören mal kurz, wie es klingt. Warte mal, ich mache mal kurz den Hall noch aus für die Geschichte, damit du es auch wirklich trocken hörst. You know my wife still respects me Even though I really miss her I am having an affair With a random computer Gitarre Bass Schlagzeug Und Solo aus Freu dir jetzt den Hall wieder an. All the things you've done Space and out having fun Oh Daddy, proud of your planet Also ich hoffe, du konntest sehen, dass man mit dem 276 schon wirklich tolle Aufnahmen machen kann und dass die Grundausstattung an Plugins, auch wenn ich hier wirklich nur ein Plugin davon benutzt habe, durchaus ausreichend ist, um wirklich coole Aufnahmen zu machen, um deine Musik zu verwirklichen. Jetzt habe ich aber wirklich genug Werbung gemacht, auch wenn hier oben Werbung dran steht. Aber ich hoffe, dass klar geworden ist, was du mit dem 276 alles machen kannst. Jetzt viel Spaß bei der Entscheidung, ob du es kaufst oder nicht. Ich glaube, ich werde es mir mal zulegen und dann schauen wir mal, was passiert, ob es dazu noch das ein oder andere Video gibt. Wir sehen uns die Tage wieder in einem weiteren Video hier im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yasu!